Herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andach mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Bis gestern haben wir uns von Apostelgeschichte 1 bis Apostelgeschichte 16 vorgearbeitet in den letzten Wochen und Monaten, muss man schon sagen. Und heute beginnen wir mit dem Philippabrief, der genau zu der Stelle passt, wo wir in Apostelgeschichte 16 aufgehört haben, nämlich das Evangelium kam nach Europa mit Paulus und Silas, nach Mazedonien und nach Philippi. Und dort gründeten Paulus und Silas die Gemeinde im Jahr 49, 50 nach Christus. Und der Brief an die Philippa schreibt Paulus später im Jahr etwa 55 aus dem Gefängnis in Ephesus an die Gemeinde in Philippi. Und so hat man im ökumenischen Bibelleseplan das so miteinander verbunden, dass wir jetzt einige Kapitel aus dem Philippabrief miteinander beackern in den nächsten Tagen und dann zurückkehren in die Apostelgeschichte. Ich finde das ganz charmant und freue mich über jeden, der weiter mitmacht bei dem täglichen Bibellesen nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Heute am Freitag, den 14. Juli, geht es um Philippa 1, 1 bis 11 und ich habe das Thema genannt, vom Ziel her leben. Philippa 1, ab Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus, Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten, für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium, vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft, und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus, Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrungen, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, zur Ehre und zum Lobe Gottes. Man spürt diesen Briefanfang ab, wie Paulus die Gemeinde in Philippi in sein Herz geschlossen hatte. Er hatte sie gegründet, damals in der Verkündigung am Fluss, da wo die Frauen zum Beten zusammenkamen. Und Lydia, die Purpur-Händlerin, eine der ersten waren, die den Glauben an Jesus Christus aufgenommen haben, die zugehört haben, die begriffen haben, worum es ging. Und dann anfingen, Jesus zu folgen und mit ihnen andere und dann immer mehr. Und so entstand die Gemeinde in Philippi, etwa im Jahr 49, 50. Und jetzt, fünf Jahre später, ist Paulus im Gefängnis in Ephesus und er schreibt diesen Brief. Und man spürt, dass er möchte, dass die Gemeinde sich weiterentwickelt, dass die Gläubigen wachsen, dass sie nicht stecken bleiben. Und man spürt seine Dankbarkeit für alles, was Gott ihnen schon geschenkt hat an Erkenntnis, an Glauben. Und so ist es ein Brief eines Vaters an seine Kinder, so möchte ich das mal sagen. Ein Brief eines Gründers an die gegründete Gemeinde. So ist das eine Botschaft mit Herz. Das ist keine theoretische Abhandlung über, wie man im Glauben wachsen sollte, sondern das ist aus der Beziehung zu denjenigen geboren, die Paulus in Philippi jetzt anschreibt. Und das aus dem Gefängnis. Es ist übrigens auch in sich ein sehr interessanter Vorgang, dass jemand, der selbst im Gefängnis sitzt, einen Ermutigungsbrief schreibt an andere, die er damit erreichen will. Was für eine Kraft des Heiligen Geistes, Kraft der Hoffnung und Kraft des Evangeliums wird hier deutlich, dass Paulus im Gefängnis sitzend, verfolgt um des Evangeliums willen, in der Lage ist, die Philippa zu ermutigen. Das in sich ist schon sensationell. Und was schreibt er so? Zum Beispiel in Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Er hat den Anfang mitbekommen. Er war dabei. Und er macht ihnen Mut und sagt, Gott wird euren Glauben vollenden. Ihr werdet ans Ziel gelangen. Nicht, weil ihr es euch selbst garantieren könnt, sondern weil Gott es euch garantiert in Jesus Christus, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Dahinter steckt die tiefe Überzeugung, dass Gott uns heute schon sieht, durch das Kreuz Christi, wie wir einmal sein werden. Wenn Gott uns durch das Kreuz Christi anschaut, dann sieht er schon uns als Vollendete. Das ist unglaublich mutmachend, dass Gott schon ein Bild von uns hat, wie wir einmal sein werden werden. Und dass er dafür sorgt, dass wir an dieses Ziel kommen, nämlich erlöst zu sein, total geheiligt zu sein, als Kind Gottes offenbar geworden zu sein, als Kind Gottes offenbar geworden zu sein und in Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes leben zu dürfen. Und so sieht Gott uns schon durch das Kreuz Christi schon heute. Und daher kommt diese unglaubliche Zuversicht des Paulus, dass er sagt, der das angefangen hat in euch, das Werk des Glaubens, der wird euch auch vollenden. Also, seid zuversichtlich, seid mutig, verzweifelt nicht an euch selbst, er bringt euch ans Ziel. Das ist das eine, was er ihnen sagt. Und in Vers 9 sagt er noch was anderes. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Das ist interessant. Paulus nimmt die Zusage, dass Gott seine Leute vollenden wird, die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu vollenden wird und dass er das garantiert, er nimmt das nicht als Schlaftablette für die Christen, dass sie deswegen dann ja machen können, was sie wollen und dass es nicht darauf ankommt, weil Gott sie ja vollenden wird. Also leben wir bis dahin irgendwie so, wie es uns einfällt und Gott wird uns ja vollenden. Dieser Gedanke ist dem Paulus vollkommen fremd und ist auch dem ganzen Neuen Testament vollkommen fremd. Auf solche Gedanken kommen nur wir heute. Wir Christen in der westlichen Welt, die wir gerne hören wollen, dass wir bestätigt werden und dass wir bleiben können, wie wir sind. Das hören wir am liebsten. Das ist das, was Paulus mit anderen Worten einmal beschreibt in den Timotheusbriefen, als das, was den Menschen in den Ohren juckt. Dass sie Zusagen bekommen und dass sie so bleiben können, wie sie sind. Das ist aber nicht die Botschaft des Neuen Testaments. Die Botschaft des Neuen Testaments ist, werde, was du bist. Gott hat dich erwählt. Gott hat dir vergeben. Gott hat dich zu seinem Kind gemacht. Und er wird dich vollenden. Und auf dem Weg zur Vollendung, da geht es jetzt darum, dass du geistlich wächst. Dass du immer mehr der wirst, der du einmal sein wirst. Und dass du dieses verwandelnde Werk des Heiligen Geistes, die Veränderung, die Gott dir schenken will, immer mehr annimmst und umsetzt. Und deswegen sagt der Apostel hier, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Also fertig werden wir nicht bis zur Vollendung. Und sollte jemand glauben, dass er quasi schon fertig ist, dann ist es Zeit aufzuwachen. Nein, wir sind nicht fertig. Es geht darum, dass wir reicher werden an Erkenntnis und Erfahrung. Und das wird geboren aus der Liebe. Aus der Liebe, die wir empfangen von Gott, unserem himmlischen Vater. Und das wird geboren aus der Liebe, die wir zurückgeben an Gott. Und dass daraus konkrete Erkenntnisse werden, die dann Erfahrung werden, nämlich Worte und Taten, die wir tun. Und das ist der Anspruch. Das eine ist der Zuspruch des Evangeliums und das andere ist der Anspruch des Evangeliums. Und beides gehört im Neuen Testament ganz selbstverständlich zusammen. Und das durchzieht alle Briefe des Paulus und das durchzieht das ganze Neue Testament. Dass Christen auf die Idee gekommen sind, dass das Evangelium ausschließlich aus Zuspruch besteht, ist rätselhaft. Darin kommt zum Ausdruck, dass wir das Evangelium verbiegen, dass wir es uns seichter machen, dass wir daraus ein Du bist okay, ich bin okay machen und dass wir dabei auch den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen und den Herrn Jesus Christus deutlich herabwürdigen, auch in seiner Heiligkeit und in seiner Würde als Herr der Welt, als Herr seiner Gemeinde, als Gottessohn, als Retter und Richter. Wie können wir nur auf die Idee kommen, dass wir so bleiben können, wie wir sind, weil wir ja den Zuspruch der Vergebung und der Erlösung haben. Das wird der Heiligkeit Gottes und der Heiligkeit Jesu Christi in keiner Weise gerecht. Und so lernen wir in den ersten Versen des Philippabriefes, erstens, Gott sagt uns zu, dass er uns ans Ziel bringt und dass er für uns gerade steht. Halleluja! Und das Zweite ist, es geht darum, dass wir geistlich wachsen. Und deshalb sind wir aufgefordert, unsere konkreten Schritte zu tun, dass wir geistlich wachsen, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir beten, dass wir mitarbeiten, dass wir Zeugnis geben, dass wir uns einbringen in Liebe, in Ehe und Familie, in Gemeinde, in Nachbarschaft und am Arbeitsplatz, dass wir Leute werden, die als Christen erkennbar leben und jeden Tag ein kleines Stückchen wachsen, als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, jeden Tag ein kleines Stückchen reifen, jeden Tag ein bisschen mehr zu Vätern und Müttern in Christus werden, dass wir nicht Kleinkinder bleiben im Glauben, sondern dass wir zu jungen Erwachsenen heranreifen und dann zu Vätern und Müttern in Christus. Das ist das Ziel. Und Paulus erinnert die Philippa daran, dass das Evangelium Zuspruch und Anspruch ist und dass wir so auf dem Weg sind, bis wir vollendet werden. Herr Jesus Christus, so bitte ich dich, dass du uns hilfst, dass wir einerseits dieses Trostwort und diesen Zuspruch ganz tief in uns aufnehmen. Du wirst uns vollenden, du wirst uns ans Ziel bringen und du garantierst uns, dass wir Glauben halten und dass wir dabei bleiben und dass wir vorankommen. Dein Name ist über uns genannt und wir sind Gottes Kinder durch deine Zusagen, Herr Jesus Christus. Dafür preisen wir dich und dafür danken wir dir heute. Und gleichzeitig bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass wir dich wirklich ernst nehmen und dass wir uns nicht ausruhen auf dem Kissen der Vergebung und der Erlösung und dem Zuspruch der Ewigkeit, sondern dass wir uns von dir verändern lassen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir bereit sind, konkrete Schritte zu gehen, dass wir uns einsetzen für unser eigenes geistliches Wachstum und dass wir bereit sind, dir zu folgen, mitten im Alltag, weil wir wissen, dass du uns dazu erlöst hast, dass wir deine Zeugen sind, mitten in dieser Welt, bis wir bei dir sein werden. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, diese beiden Pole zusammenzuhalten, Zuspruch und Anspruch. Und dass wir begreifen, es fällt uns nicht alles in den Schoß, sondern unsere geistliche Entwicklung ist auch davon abhängig, was wir tun dafür. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, aus deiner Gnade engagiert zu leben. Amen. Vom Ziel her leben, Philippa 1, 1 bis 11, war das Thema von heute. Vielleicht hast du jetzt in einer persönlichen Gebetszeit die Gelegenheit, dieses, was wir gehört haben, Zuspruch und Anspruch mit dem Herrn zu besprechen und ihm zu sagen, wofür du dankbar bist und wo du dich vielleicht vordrückst und ihn bittest, dir zu helfen, dass du auch den Anspruch des Evangeliums an dich ranlässt und in seiner Kraft umsetzt. In diesem Sinne geht es darum, dass wir wachsen, so wie diese Vögelchen, die ja noch abhängig davon sind, dass das Muttertier sie füttert. Aber jeder weiß, dass das nicht das Ziel ist, dass diese jungen Vögel ihr Leben lang gefüttert werden, sondern das Ziel ist, dass sie wachsen, dass sie reifen, dass sie selber fliegen, dass sie selber jagen und dass sie am Ende selber wieder Junge großziehen. Ein schönes Sinnbild für das, was auch für uns als Christen dran ist. In diesem Sinne, Gott segne dich, Gott behüte dich und bis morgen.